hallo und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ja gibt es noch ich bin noch nicht den gefahren des lebens zum opfer gefallen da gibt es ja nicht zuletzt seit der pandemie nicht wenige dinge den wir eilen können aber tatsächlich ja einige private dinge wie ich bin zu meinem alten shop zurückgewechselt und habe noch ein paar andere dinge zu tun und komme irgendwie zu nichts darum verschimmeln hier die masters of the universe relations figuren auch jetzt schon bei mir ich sage immer relations statt revelation warum auch immer ich habe mir halt mehrere enthüllungen erwartet und nicht nur eine es dauert ja nicht mehr lange diesen freitag erfahren wir dann endlich wie diese serie zu ende geht ich werde ja auch den eindruck nicht dem eindruck nicht müde und kann mich dem eindruck nicht erwähren dass zum beispiel zwischen der schnelle output der figuren zum spiel die wf3 mit fisto und das ding core ja ob das nicht einem etwaigen ja etwaigen flauter nach dem ende der serie geschuldet ist dass man die sehr dass man die figuren im schnell heraus haben möchte aber ich hoffe ich irre mich und ich hoffe dass revelation die fans dann auch mit einem persönlichen ende oder dem oder der aussicht auf eine zweite staffel zurücklässt so was haben wir hier hält der steine nein es ist nun absolutes chaos auf meinem schreibtisch weil ich eigentlich ein ganzes arbeitszimmer verändern wollte in den letzten wochen und noch immer nicht fertig bin weil auch dieser auch dieses furchtbare dieser furchtbare ausblick auf diesen jetzt noch mehr schmutzigen monitor wird dann bald der vergangenheit angehören da ich tatsächlich wieder einen weißen hintergrund haben werde hier baue ich gerade tatsächlich vielleicht ein kurzes eine kurze preview ja hier baue ich gerade diese schönen gesellen ich sammle die helme nicht aber das finde ich ganz cool aber genug davon nein ich muss noch einmal kurz abschweifen und zwar ich habe tatsächlich heute vielleicht einen großen fehler gemacht ich habe zufälligerweise bei big bad toy store das hort evil pack also das evil pack der wilden horde und auch das power con exclusive von faker und duplikat gefunden und gekauft ja das war dann doch eine stange geld wir werden sehen ja was gibt es sonst zu sagen in der masters welt tatsächlich mein herz für masters schlägt noch immer auch wenn ich mich in den letzten fast 14 tagen nicht mehr melden konnte aber es werden wieder bessere zeiten auf uns zukommen tatsächlich muss ich sagen und dann starten wir auch gleich mit dem unboxing dieser tealer und ja ich habe sie mir geholt da drüben warten auch noch beast man und wenn er abends und wenn haben wir noch in der wave bin schon komplett neben mir nein das müssen sie eigentlich gewesen sein genau bis man und wenn er abends ich glaube mehr habe ich jetzt gar nicht aufs unboxing und das schauen wir uns auch gleich an noch ganz kurz die aktuelle wf 6 habe ich gesehen der origins ist in deutschland schon in einigen supermärkten noch erhältlich sehr cool weil ich ja bin der noch nicht ansichtig geworden und ja hoffe dass irgendwann dass es irgendwann weiter geht weil ich freue mich auf die wf 6 und auf die wf 7 und schauen wir mal wie es dann war wann die verfügbar sind und wann man die vielleicht schnappen kann offensichtlich sind sie ja bei smith ab dezember die wf 6 irgendwie erhältlich wenn ich das richtig gesehen habe gut aber das war es jetzt auch mit dem vorgeblänkel tut mir leid bis ich bin bei 3 minuten 50 und der und der hat noch immer nicht angefangen mit dem unboxing so masterverse die verpackung dazu habe ich ja schon alles gesagt ich bin mit meiner meinung ja auch nicht alleine dass ich eine etwas bessere irgendwie habe ich heute keine gute erzählstimme dass ich mit der packung ja nicht ganz zufrieden bin mit dem design aber sei es wie es wolle aber viel viel interessanter ist eigentlich diese tealer figur eigentlich ein bisschen das synonym mit ja mit dem revelation zu kämpfen hat die über die frisur wurde ja glaube ich schon alles gesagt dass es kein uppercut ist sondern ein side cut und dass es für manche so ein bisschen in richtung sjw frisur geht nicht also wenn ihr das mal googeln wollt die social justice warrior das ist ja sowas wie die gut menschen im deutschen sprachgebrauch ist ja alles ein bisschen unglückliche ausdrücke muss man sagen aber natürlich kann man wahrscheinlich nicht ganz verneinen dass deine politische agenda halt immer wieder jetzt reingepackt wird auch ins entertainment bis zu einem gewissen grad ist das ja auch irgendwo in ordnung aber es sollte halt das storytelling nicht negativ oder überhaupt in einer form beeinflusst also ich wundere mich ein bisschen schauen sie schauen wir es jetzt an mein grundsätzlich total hübsches gesicht auch ja tolle figur ich bin gespannt wenn wir sie gleich auspacken was natürlich eigenartig ist oder eigenartig aus einem kaufmännischen oder unternehmer standpunkt wieso gibt es zum beispiel bei evil lynn einen wechselkopf und hier nicht die frage ist leicht beantwortet weil wir noch eine tealer in von masters of the universe revelation in ihrem quasi classic look bekommen werden also lieber zwei figuren herausbringen als eine ja ich muss sagen als figur gefällt mir die frisur und der style fast besser als diese schon burschikos an mutternde animation in der zeichentrickserie also die 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 figur finde ich eigentlich besser als die vorlage ja aber genug der der vielen worte so tila steht hier falls wir es vergessen haben mittlerweile wenn wir hier gekauft haben da hinten ein ganz ein nettes artwork jetzt nicht jetzt nicht das ja haupt mich jetzt nicht um die origins sind ja eindeutig ganz ganz vorne hier ein überblick über nicht alle aber einige der bisher erschienenen mit figuren bis auf beast man und meine arms die habe ich wie gesagt auch schon länger jetzt hier seit drei wochen glaube ich habe ich ja alle schon reviewt hier nochmal ein weiteres artwork so kann man das kann man nicht in den kasten stellen und jetzt kommen wir auch schon zum unboxing ich habe nämlich hier schon vorbereitet dass ich mit dem stanley messer das tixoband bzw das teserband wie es in deutschland heißt abgeschnitten habe so und flop da ist sie ja die wunderschöne tila die herrin von eternia oder befehlshaberin der königlichen wachen wie es so schön heißt in in sternen staub oder habe ich das richtig zitiert ich weiß es nicht ah dieses gesicht ist ein traum dieses gesicht ist ein traum apropos gesicht ihr habt vielleicht schon gesehen auf smith ja das ist eine einsame insel bei smith gibt es gerade masters of the universe aktion castle greyskull um 50 euro ich habe kurz überlegt mir vor die burg zu holen nur um eine intakte sorceress zu ergattern aber es ist vielleicht doch die mühe nicht wert also ich muss es jetzt schon wieder sagen ein absoluter traum die figur ein absoluter die ist ja wirklich bombe dass ich sehe die ich sehe die revelation wir haben durchaus kritisch mit einer hand ist es wir schaffen es wie hat eine berühmte deutsche frau gesagt wir schaffen es nein wir schaffen es nicht ich brauche ganz kurz einen schnitt im doppelten im doppelten sinn bis gleich so und da haben wir sie auch schauen wir noch der fokus richtig auf ja fecker du bist halt viel schöner also das mit den beinen ist ein bisschen so eine so eine sache nicht wirken alle so als wären sie schwerst eh behindert leider muss man zurecht zurecht biegen wenn diese kampf pose das ist alles ganz toll aber schauen wir sie uns jetzt noch mal richtig an so das ist also ein tolles püppchen da gibt es gar nichts da gibt es ja wirklich gar nicht die figur ist ja viel viel besser die figur ist viel viel besser als die zeichentrick vorlage finde ich und wenn sie jetzt noch stehen würde so ich habe es geschafft dann sehen wir auch dann sehen wir sie auch in ihrer ganzen pracht ja tolle figur hier bommelt so ein täschchen ja nein also die frauen in der laien sind einfach großartig das muss man das muss man einfach sagen das sind ganz tolle figuren ja was wollte ich vorher sagen bei den bei den männern stört mich ja durchaus weil man so ich meine sind wirklich abgrundtief misslungen stört mich halt der kleine kopf und und dieses design halt dass die dass die brust auch ein bisschen ein bisschen kleines und ja irgendwie ja komisch naja ich wollte sagen ich habe keine stimme aber ich wiederhole mich ja wahrscheinlich bin ich aus der übung liegt noch ein gefährliches messer das hätte schiefgehen können ja das ist toll was haben wir an was haben wir an extras zwei hände diese wechselhände da bin ich nicht so begeistert weil die halten irgendwie nicht gut finde ich wir haben den kampfstab und wir haben ein schwert so ich habe revelation leider nur einmal gesehen und kann mich überhaupt nicht mehr erinnern was da eigentlich vor sich geht und werde jetzt kurz versuchen die ziele richtig zu positionieren also tatsächlich das ist gar nicht mal so leicht für mich sie haben alles ist in alle aufgrund dieser action pose offensichtlich wo sie in der kamera gehalten also in der kamera in der verpackung gehalten sind sind sie so verdreht dass man erst mal die ganze figur die arme und die beine so ja in die richtige form bringen muss und ja ja also das schaut das schaut schon ganz ordentlich aus ich glaube ja leider nicht dass wir die revelation reihe master wars hoffentlich länger dass revelation viel länger sehen werden als jetzt ja kommt darauf an ob es eine zweite staffel gibt aber die damen auch wenn das vielleicht mit mut mit motto wenig zu tun hat irgendwie optisch weil wie gesagt links ist für mich halt eindeutig world of warcraft rechts wüsste ich jetzt gar nicht aber sind topfiguren da gibt es gar nichts also so so vielleicht polarisierend beide damen bei manchen fans ankommen im zeichentrick cartoon so toll sind die figuren kann man nichts anders nicht anders sagen gefällt mir sehr gut ich hole mir auch antra die kommt in der nächsten nächsten wave und sicherlich auch die classic tealer ja also das war jetzt ein holpriger start nach meinem youtube ja meiner 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 youtube meinem youtube exil ich hoffe ich komme wieder ein bisschen flüssiger hinein das nächste mal und vielen dank fürs zuschauen ja es wird wohl die zeit dass wieder was was kommt hat mich sehr gefreut ja diesem sinne bis zum nächsten mal oje ja der einzige zuschauer ist schon umgefallen bis zum nächsten mal habt eine gute zeit und sammelt weiter tschüss